jetzt habe ich den trade hier abgewürgt wir sind im gewinn und da habe ich jetzt einen fehler gemacht statt angepasst aber alles in ordnung hier oder history so wir sind aus raus nach plan und das war der eröffnung straight und ich bedanke mich bei den youtube plan und wir machen im live trading jetzt weiter und und und